Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.funkkopfhörer-infos.de. Heute schaue ich mir hier ein weiteres True Wireless Modell an, also In-Ear-Kopfhörer, und zwar ohne Zwischenkabel und der Name hier ist Sound Liberty 5.3. Das Modell ist wieder einmal von Tautronics hier und auf der Rückseite steht dann nochmal die genaue Modellbezeichnung, die heißt TT-BH053, hier sehen wir eben den Hersteller und so weiter, klein paar Infos hier, aber keine technischen Details und deswegen beginne ich jetzt hier auch direkt mit dem Unboxing. Hier auf dem zweiten Karton gibt es jetzt auch nichts, den öffnen wir also direkt einmal hier und im Inneren, da ziehe ich jetzt gerade mal erstmal alles hier heraus. So, das lege ich mal beiseite. Da haben wir zuerst mal wieder hier die Dankeskarte, die obligatorische hier, dann hier eine kurze Anleitung und zwar, die ist auf Englisch, ja, wobei es sind fast nur Bilder, das ist eigentlich ziemlich egal, es sind hier fast nur Bilder, wir sind hier quasi schematisch dargestellt, Ladeschale, da kommen dann die Kopfhörer rein, rausnehmen, PC-Verbindung bzw. aufladen der Ladeschale und wie das Ganze hier ans Ohr eingelegt wird, ja, also das ist auf jeden Fall relativ selbsterklärend. Es gibt aber noch eine Anleitung, User Guide heißt der hier und da gibt es das Ganze dann auf Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und vermutlich Chinesisch, 12 bis 23 ist hier Deutsch, das heißt hier gibt es auch eine deutsche Anleitung, das ist die vollständige, liegt also eine Kurzanleitung bei und eine normale Anleitung. Dann gibt es hier Ladekabel, kurzes USB, Ladekabel, Standard-USB-Kabel, Micro-USB und dann haben wir hier das weitere noch wieder Ohrpolster und zwar, wie so oft, und drei Paar, Groß, Mittel und, nee, Groß, Mittel und Klein, also das hier ist Mittel, ja. Die drei Größen gibt es auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber noch den Kopfhörer selbst, damit Ladeschale, den befreie ich jetzt hier auch mal gerade aus der Verpackung und öffne das Ganze hier einmal. Das hier ist die Ladeschale. Ihr seht, die Ladeschale ist ein Oval, sieht jetzt erstmal schick aus, ist auch relativ kompakt für eine Ladeschale, hier hinten ist der Anschluss und hiervon haben wir LEDs, die werden vermutlich dann wieder Ladestand anzeigen oder beim Aufladen, das werde ich noch sehen. Ich öffne das Ganze jetzt mal sehr kompakt. Hier oben haben wir eine Einbuchtung, da liegen jetzt die Kopfhörer drin. Ich nehme die mal kurz raus. Vermutlich schalten die sich jetzt ein, eventuell, wenn die schon aufgeladen sind. Ne, so wie es aussieht, muss ich die noch aufladen. Beziehungsweise hier sind irgendwelche Schutzfolien drauf. Ah, ja, nein, hier sind Schutzfolien drauf, die müsst ihr unbedingt entfernen. Denn damit sind die Kontakte gesichert quasi, dass die sich nicht bereits aufladen, beziehungsweise mit den Kontakten verbinden. Ja, hier sind die Ladekontakte, da steht auch drauf, das hier ist rechts und hier haben wir die Ohrpolster einpaß, also bereits aufgezogen. Das ist, glaube ich, die größte Größe, die es gibt. Und das ist der zweite Kopfhörer hier. Die sind diesmal ein bisschen länglich. Da bin ich mal auf den Tragekomfort gespannt. Bei diesen Apple Ear oder EarPods oder EarPods heißen die Dinger. Das ist auch so ähnlich und vielleicht haben sie sich da inspirieren lassen. Auf jeden Fall sind das jetzt hier die beiden Kopfhörer. Länglich-Ladeschale haben wir hier, das ganze Zubehör. Das war es jetzt hier auf jeden Fall vom Lieferumfang. Und ich werde jetzt wie immer alles aufladen. Ich werde damit Probe hören. Ich werde eine Testaufnahme mit dem Mikrofon machen und werde mir die Verarbeitung anschauen, wie hier alles funktioniert, wie ist die Bedienung, wie ist der Tragekomfort. Und dies und mehr gibt es nun wie immer im Anschluss. Aufladen und Pairing Zu Anfang werden die Kopfhörer in die Ladeschale gelegt und dann wird diese mit dem Micro-USB-Kabel an den Strom angeschlossen. Vorne an der Ladeschale befinden sich vier blaue LEDs, welche den Ladestand der Ladebox anzeigen. Die LEDs blinken je nach Ladestand eben auf oder nicht. Wenn die Box vollgeladen ist, dann leuchten alle vier LEDs blau auf. Die gefühlte Ladezeit lag bei ca. 2-3 Stunden. Die Ladebox verfügt über einen internen 650 mAh Akku und dieser reicht theoretisch aus, um den Kopfhörer so ca. 6x aufzuladen. Legen wir den Kopfhörer in die Ladehülle ein, dann laden sich diese auf und dabei blinkt die blaue LED am Kopfhörer. Beim Einlegen leuchten außerdem die LEDs auf der Vorderseite der Ladeschale kurz auf und zeigen somit den aktuellen Akkustand der Ladebox an. Werden die Stöpsel aus der Ladeschale genommen, dann schalten sie sich automatisch ein. Werden sie wieder eingelegt, dann schalten sie sich automatisch ab. Bei erfolgreicher Verbindung ertönt der Sprachhinweis Connected. Laut Hersteller liegt die Spielzeit bei ca. 5 Stunden. In meinem Praxistest hat der Kopfhörer bei einer Lautstärke von 60% und durchgehender Musik ca. 3 Stunden und 40 Minuten gehalten. 60% war hier so laut, wie ich maximal höre. Die LEDs am Kopfhörer blinken im Übrigen ca. alle 5 Sekunden kurz auf. Beim allerersten Herausnehmen begibt sich der Kopfhörer automatisch in den Pairing-Modus. Dabei verbinden sich beide Kopfhörer untereinander und anschließend leuchtet die LED am rechten Hörer blau und die LED am linken Hörer blinkt abwechselnd blau und weiß. Jetzt öffnen wir wie immer das Smartphone und wählen hier den Sound Liberty 53 aus. Fertig, los geht's. Bedienelemente Die beiden Außenseiten der Kopfhörer, dort wo sich das Logo befindet, sind eine Touch-Taste. Wird die Touch-Fläche zweimal angetippt, dann wird die Musik pausiert oder fortgesetzt. Tippen wir einmal rechts, so wird die Lautstärke erhöht und einmal links tippen, senkt die Lautstärke. Hier hätte ich es persönlich als praktikabler empfunden, wenn Play-Pause durch ein einfaches Tippen realisiert worden wäre. Tippen wir rechts dreimal, so wird ein Lied vorgesprungen. Tippen wir dagegen links dreimal, dann wird ein Lied zurückgesprungen. Wird die Touch-Taste zwei Sekunden gedrückt und gehalten, so wird der Sprachassistent des Handys aktiviert. Die Telefonfunktionen gibt es wie immer alle als Tabelle im Testartikel. Tragekomfort, Verarbeitung und Design Die Ladeschale ist zunächst einmal wirklich sehr kompakt. Sie ist ca. 8 cm lang, an der breitesten Stelle 4 cm breite und ca. 2,7 cm hoch. Ihr Gewicht ohne Kopfhörer beträgt etwa 41 Gramm. Ein Stöpsel wiegt dagegen gerade einmal 5 Gramm. Die Ladeschale hat einen Magnetverschluss, damit sie sich nicht von alleine öffnet. Wenn wir die Stöpsel einlegen, dann halten auch diese magnetisch in der Lademulde fest. Die Ladeschale ist aus solidem Kunststoff gefertigt. Ich persönlich finde sie schick und schlicht. Es liegen drei Powerpolster im Lieferumfang bei, welche wir nach Bedarf wechseln können. Größe, Klein, Mittel und Groß. Ich habe wie immer die kleinste Größe verwendet. Die Kopfhörer sind laut Angabe IPX7 geschützt. Damit halten sie auf jeden Fall mindestens Schweiß und Spritzwasser aus, was für Personen, die den Kopfhörer beim Sport einsetzen möchten, wichtig ist. Die Verarbeitung der Stöpsel wirkt solide und sie sind aus Kunststoff gefertigt. Ein Stöpsel ist ca. 4 cm lang. Kommen wir nun zum Tragekomfort. Die Stöpsel werden ins Ohr geschoben und halten in der Ohrmulde des Gehöreingangs fest. In den Bildern ist das gut ersichtlich. Das dicke Stück oben am Kopfhörer ist ca. 1,7 cm lang. Der Kopfhörer hat keine Gummihooks und wie gut er hält, ist von der Größe der Ohrmulde abhängig bzw. davon, wie gut der dort eingeklemmt ist. Ich bin damit durchs Haus gejoggt und herumgehüpft und der Kopfhörer hat im Ohr gehalten. Wenn wir damit allerdings lange joggen gehen, besteht aber die Möglichkeit, dass die permanente Auf- und Abbewegung den Halt lockern würde. Da die Mulde im Ohr nicht bei jedem Mensch gleich groß ist, ist der Halt hier eben variabel. Der Tragekomfort entspricht generell dem eines In-Ear-Kopfhörers. Ich habe hier nichts Positives oder Negatives festgestellt. Klang Der Klang hat mich für den Preis wieder einmal sehr überrascht. Diese preiswerten TWS-Modelle werden echt immer besser, habe ich das Gefühl. Der Sound Liberty 53 hat meiner Meinung nach ein ausgewogenes Klangbild. Der Bass ist kräftig, aber auch die Höhen und Mitten sind deutlich. Es gibt hier also nicht das Phänomen des dumpfen oder basslastigen Klangs. Also der Klang hat mir gefallen und ich habe deshalb auch keinen Equalizer genutzt. Ich habe wieder Lieder aus diversen Genres gehört. Metal, Rap, Trance, Pop und Klassik. Generell gefiel mir der Klang in all diesen Genres wirklich gut. Bei Rap-Songs sind die Bässe kräftig, allerdings ist es hier wie immer wichtig, dass der Kopfhörer richtig im Ohr sitzt. Sitzen in ihr Modelle falsch, dann ist der Bass generell immer schlecht. Susan Vegas Gypsy klingt auch gut und klar. Der Bass ist gut, aber auch die Stimme und die Instrumente kommen klar und deutlich. Generell ein wirklich guter Klang, wenn man den Preis von 40 Euro berücksichtigt. Das Grundrauschen des Kopfhörers ist sehr, sehr gering. Das ist mit eines der ersten Modelle, wo ich sagen würde, dass es sich auch für Hörbücher eignen würde. Wie gesagt, das Grundrauschen ist da, aber wirklich sehr, sehr leise. Mein Vater hört es nicht, ich höre es nur, wenn ich mich wirklich darauf konzentriere. Mikrofontest. Im linken Kopfhörer ist ein Mikrofon verbaut und jetzt folgt eine Testaufnahme mit dem Mikrofon des Kopfhörers. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Sound Liberty 53. Ich habe die Stöpfe ganz normal im Ohr und spreche ganz normal. Soweit ich weiß, befindet sich das Mikrofon im rechten Ohrhörer. Das werde ich jetzt einmal überprüfen. Deswegen nehme ich den jetzt einmal aus dem Ohr raus, halte ihn in der Hand, spreche in einer Handbreitabstand auf die Innenseite, das ist da, wo die Kontakte sind, und drehe das Ganze mal nach außen. Jetzt spreche ich das Logo ein. Ich habe die Vermutung, dass sich das Mikrofon da unten an diesem länglichen Teil befindet, was da rausguckt. Das werden wir jetzt aber hören. Den stecke ich jetzt aber zurück ins Ohr und ich werde jetzt einmal den linken herausnehmen. Das habe ich jetzt gemacht. Ich spreche auf die Innenseite ein, drehe das Ganze jetzt einmal, spreche von außen aufs Logo ein. Und ihr habt jetzt eben mal gehört, wie sich das anhört und wisst jetzt auch Bescheid, in welchem der Stöpfe sich das Mikrofon befindet. Und aufgrund dieser Tonaufnahme könnt ihr euch jetzt ein eigenes Bild von der Tonqualität machen. Mein Fazit Der Sound Liberty ist ein Bluetooth 5.0 TWS-Kopfhörer, welcher zu einem günstigen Preis einen guten Klang liefert. Die Ladebox ist sehr kompakt und schlicht und hat einen integrierten 650 mAh Akku. Die Laufzeit des Kopfhörers erreicht zwar keine 5 Stunden, aber 3 Stunden und 40 Minuten sind auch schon wirklich gut für diese Größe. Das reicht auf jeden Fall für die meisten Trainingseinheiten oder die Fahrt zur Arbeit aus. Ich finde, das Modell ist aufgrund der Laufzeit und des Klangs auf jeden Fall einen Blick wert. Mit der Ladebox können wir den Kopfhörer auch unterwegs einige Male aufladen. Das ist für den ein oder anderen auch wirklich praktisch. Das war ein weiterer Testbericht von mir und ich hoffe, er hat dir weitergeholfen. Den Link zum Testartikel und zum Produkt findest du unter dem Video in der Videobeschreibung. Das war's von mir, ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Das war's von mir, ich bin raus und ich bin raus.